Sillys Serientipp The Watcher, ganz neu auf Netflix. Die Geschichte kommt uns bekannt vor, die ist fast zu klischeehaft. Familie zieht ihr ein Haus ein und wird dann von einem Stalker bedroht. Einziger Unterschied, diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. Sehr geehrter neuer Nachbar im Boulevard 657, erlauben Sie mir, Sie in der Nachbarschaft zu begrüßen. Ich werde Sie beobachten. Ist damals wirklich passiert, einer Familie, die haben komische Briefe bekommen, finstere Drohungen von dem sogenannten Watcher, dem Beobachter. Diese Nachricht wird nicht die letzte sein. Ich bin der Beobachter. Das klingt jetzt ein bisschen komisch mit der Stimme, ja. Aber die Serie ist richtig gut. Dahinter stecken nämlich die Gruselprofis der Erfolgsserie American Horror Story. Also da kann nichts mehr schief gehen. Der Watcher kriegt von uns neun von zehn Couchpunkten. Ich beobachte sie noch immer. Ich an ihrer Stelle hätte große Angst. Wenn ich überlege, wer es ist, komme ich jedes Mal auf jemand anderes. Live-Radio.